perfekt das läuft ja wie am schnirschen wir starten in den letzten vortrag digitale souveränität mit software in cloud stack die beiden referenten karlow und peter ganten sind schon zugeschaltet worum geht es um eine open source alternative zu proprietären cloud technologien ich glaube ein ganz ganz wichtiges thema was mit gaia x auch eine gewisse dynamik jetzt bekommen hat deswegen will ich auch gar nicht lange und große worte verlieren sondern übergebt direkt an die beiden leute die sie wissen müssen karlow als technischen projektleiter und peter ganten von der osb alliance ja dankeschön rico super ja wir haben uns das mal so aufgeteilt der kurt und ich dass wir gesagt haben ich mache mal eine kurze einführung und sage ein bisschen was darüber wie das projekt server in cloud stack eigentlich entstanden ist und wo wir so organisatorisch das stehen und dann würde court vor allem inhaltlich technisch sagen und zeigen was es eigentlich ist und wozu es eigentlich da ist und auch vielleicht wo wir auf technischer ebene da stehen mein teil ist deutlich kürzer als der von court das hängt auch damit zusammen dass ich das projekt zwar wirklich von anfang an mit begleitet und mit vorangetrieben habe weil ich es für sehr sehr wichtig halte aber technisch viel weniger drin bin und letztlich auch so über meinen arbeitstag hinweg viel weniger zeit damit verbringe als das bei court der fall ist der glaube ich seitdem wir das gestartet haben nicht mehr viel anderes macht als ich um server in cloud stack zu kümmern ja genau und das ist auch gut so das ist auch das ist auch das ist auch notwendig ja also los ging alles also vor noch gar nicht so langer zeit da gab es so ein paar parallele entwicklungen die sich durchaus auch an der berufung von rafael laguna zum direktor zum gründungsdirektor der agentur für sprung innovation aufgehangen haben einmal hat der oliver maus der ceo von plus server der auch schon lange mit rafael zusammenarbeitet ihn angesprochen und gesagt wir müssen eigentlich mal auch was im bereich cloud technologie tun gleichzeitig weiß ich dass court als er das mitbekommen hat rafael angesprochen hat und gesagt hat dass du baust große dinge da möchte ich gerne dabei sein und ich habe tolle erfahrungen und ich habe rafael angesprochen und habe gesagt lass uns doch mal jetzt gucken wie eigentlich open source und die open source wirtschaft und das thema sprung innovation zusammenhängen und dann hat es irgendwann im letzten herbst einen termin bei der open exchange in köln gegeben wo auch vielleicht einige der hier anwesenden dabei waren wo wir diskutiert haben wie hängt das eigentlich alles zusammen und die idee war man müsse eine offene plattform die wirklich von jeder organisation und auch von privat leuten eingesetzt werden kann schaffen mit denen man cloud services ähnlich skalierbar ähnlich automatisiert ähnlich ähm äh ja einfach fortgeschritten zur verfügung stellen kann wie das heute eigentlich nur bei den ganz großen hyperscalern also insbesondere bei bei google amazon und microsoft der fall ist und das solle sich unterscheiden dadurch von den hyperscalern dass es eben föderierbar ist das heißt dass man das dass man unterschiedliche instanzen einer solchen plattform cloud plattform auch miteinander verbinden kann und dass es eben vollständig vollständig offen ist und da haben wir gesagt so etwas kann dann tatsächlich und wird dann tatsächlich auch eine sprung innovation sein oder hat das potenzial dazu eine sprung innovation zu werden weil es letztlich eine ubiquitär also überall verfügbare offene plattformen darstellen kann so wie das internet das auch ist die es jeder organisation ermöglicht inhalte dienste leistung anzubieten oder darauf zuzugreifen und zwar ohne dass es irgendjemanden gibt der der geldkeeper ist und der sagt du darfst hier mitspielen und du darfst hier nicht mitspielen und das schafft das haben wir beim internet auch schon gesehen wirklich raum und grundlage für innovation in allen möglichen industrien und in allen möglichen branchen und dass das so ist und dass das auch in anderen also auch außerhalb unserer software industrie so gesehen wird das haben wir durchaus jetzt auch im letzten jahr hier und da schon erlebt rafael war dann derjenige der uns an alle zusammengebracht hat und dann haben wir überlegt und haben das als sovereign cloud stack projekt gegründet und hat neben wirklich das glück auch mit court jemanden zu haben der ich würde mal sagen wie kein anderer zumindest in deutschland erfahrung im aufbau dieser cloud technologien hat und seine bereitschaft angedeutet und signalisiert hat hier die technische leitung zu übernehmen dann sind ein paar andere leute noch dazu gekommen der christian behrend von beta cloud den court glaube ich mit reingebracht hat und ich habe den dörg lossack mit reingebracht der also eher auf der administrativen seite die eben auch nicht zu unterschätzen ist wenn man ein solches projekt aufsetzen will eine ganze menge unterstützung also wirklich unverzichtbare dienste für uns da geleistet hat und leistet und gleichzeitig zudem hat die bundesregierung dieses riesen projekt gaia x gestartet was was also mir auch von anfang an natürlich bekannt war zumal es also in der fokusgruppe digitale souveränität in der ich seit einigen jahren mitarbeite da auch zusammenarbeit gab mit dem heutigen oder mit dem initiator des gaia x projektes aus dem wirtschaftsministerium dem marco alexander breit und dann haben wir schnell gesagt das was wir uns hier denken das muss doch eigentlich mit gaia x zusammengehen das muss doch eigentlich teil von gaia x sein dann ist das eine riesen chance hier auch den den schwung den gaia x entfaltet zu nutzen auch die den öffentlichen goodwill zu nutzen förderungspotenziale unter umständen zu nutzen und das zu einer plattform zu machen auf der ganz viele mitspielen und deswegen sind wir dann in sehr intensive gespräche mit allen möglichen gespräche mit allen möglichen stakeholdern im bereich gaia x also mit dem wirtschaftsministerium das habe ich vor allem getrieben und kurt hat hat das getrieben mit allen möglichen technologieprovidern die da im gaia x projekt mitmachen was manchmal sehr einfach war und manchmal auch nicht so ganz einfach war und lange zeit gedauert hat letztlich ist es dann ende des letzten jahres glaube ich schon teil des auch offizieller teil des gaia x projektes geworden und ich glaube wir liefern auch in dem gaia x projekt einen ganz entscheidenden mehrwert das gaia x projekt fokussiert sich ja sehr stark auf datensouveränität also auf die möglichkeit den verbleib von daten zu kontrollieren daten freizugeben die die nutzung von daten durch applikationen zu ermöglichen es basiert ja auf diesem international data spaces projekt zu großen teilen und unser punkt ist und den teilen wir mit vielen anderen das funktioniert aber nur wenn auch der unterbau offen und föderierbar und erlaubnisfrei nutzbar ist nur wenn das der fall ist kann das wirklich auch digitale souveränität ermöglichen und dann würde es keine digitale souveränität ermöglichen und das ist glaube ich der wichtige beitrag den wir hier leisten wir haben dann eine initiale so genannte erprobungs förderung vom von sprint d bekommen was uns ermöglicht hat das projekt jetzt im laufe des letzten jahres aufzusetzen auch technisch schon sehr viel zu tun also sts läuft jetzt tatsächlich bei zwei cloud service providern wir werden das projekt vermutlich auf dauer nicht von sprint d gefördert weiter führen sondern direkt vom bmw wir hatten zwischenzeitlich auch mal die idee eine gmbh zu gründen die das projekt dann aufsetzt und dann aber gesehen dass wir da auch mit dem einer gmbh ja innewohnenden ziel der gewinnerzielung auch letztlich ein ziel konflikt haben und auch ein konflikt haben was fördermöglichkeiten angeht und sind deswegen da und das haben wir ja auch in der letzten mitgliederversammlung diskutiert dass wir das projekt jetzt als ein projekt innerhalb der osb alliance im nächsten jahr durchführen wollen wir sind da in den letzten zügen eines entsprechenden antrages an das bmw und hoffen sehr dass das dann anfang nächsten jahres auch bewilligt wird das letzte was ich dazu noch sagen will ist dass es also wirklich ein großes interesse auch hieran aus dem aus dem öffentlichen sektor und auch aus der industrie die gibt wir haben heute unterzeichnete lois also sts intensiv zu begleiten und zu erproben von dem bmi von t systems von data port von trump von plus server und eine ganze menge weiter weitere sehr positive gespräche zum beispiel mit sap mit volkswagen mit der staatliche schwarz stiftung das sind die die lidl und kaufland und sowas betreiben und vielen mehr so und jetzt sind wir mittendrin und jetzt geht es darum wo wir stehen was wir umgesetzt haben was technisch die vision ist und dafür gebe ich dann gerne an kurt weiter ja danke peter du hast natürlich schon alle wichtigen dinge gesagt dann kann ich es mir jetzt einfach mal das glaube ich nicht dass das kann nicht ein bisschen was erzählen ich überspringe mal die gaia sache vielleicht für mich auch als für die mich nicht kennen als hintergrund vielleicht noch die vorbemerkung ich habe mein leben lang open source gemacht und einer der treiber die mich dazu gebracht haben ist die vorstellung zu haben dass diese digitalen dinge für unser leben immer wichtiger werden für unsere wirtschaft aber auch für unser privaten privates leben und ich war dann zur überzeugung gekommen dass es wichtig ist dass man als nutzer von solchen digitalen technologien die kontrolle darüber hat was da passiert ja das hat mich dann zu open source getrieben und ich glaube die diskussion die man eben heute führen muss ist nicht mehr nur open source sondern wir müssen eben heutzutage um die kontrolle behalten zu können auch plattformen bauen die eben auf open source prinzipien aufbauen im kontext von gaia x wo es darum geht cloud infrastruktur bereitzustellen verfügbar zu machen ist es wichtig zu sicherzustellen dass es plattformen gibt die eben genau diesem anspruch auch genügen ja die den nutzern erlauben volle kontrolle zu haben und das geht nur wenn man an der stelle auch nicht von wenigen monopolisten oder oligopolisten abhängig ist sondern wenn man an der stelle wirklich eine ernsthafte auswahl hat die auswahl jetzt auch in unserer vision geht so weit dass man auch sagen kann ich möchte mir nicht nur einen anbieter aussuchen der vielleicht meinen ansprüchen an vertrauenswürdigkeit entspricht sondern zur not möchte ich auch die chance haben es selbst zu machen auch das ist was wir als valide und nützlich ansehen es gibt sicherlich viele gründe das nicht zu tun weil das auch wenn wir sehr erfolgreich in unseren projekten das deutlich einfacher machen immer noch eine menge arbeit ist und eine menge wissen erfordert aber es kann durchaus szenarien geben wo das genau die beste wahl ist die es gibt was liefert sovereign cloud stick haben wir wollen drei dinge liefern das ist einmal software software das sind standards und das ist der aufbau eines ökosystems zum thema software wir liefern einen möchten liefern wir bauen auf einen kompletten stack der einem ermöglicht infrastructure service bereitzustellen also über standardschnittstellen sich virtuelle maschinen netze speicher zu provisionieren und diesen ganzen vorgänge eben durch software kontrolliert zu automatisieren das ist ja das was letztlich in den letzten zehn jahren die fehlenden teile waren die es einem erlauben in der software entwicklung sehr viel schneller zu werden sehr höhere produktivität zu haben weil man genau diese dinge die früher von hand gemacht wurden jetzt vollständig automatisieren kann da ist dann auf der schicht darüber dann eine container plattform mit kubernetes kubernetes ist es service zu liefern viele der modernen anwendungen die gebaut werden bauen direkt auf diesen schnittstellen auf unsere vision ist nicht zu sagen wir liefern eine container plattform wo man sich dann container per self service holen kann sondern wir möchten den nutzern die möglichkeit geben und den entwicklern die möglichkeit geben sich ganze kubernetes cluster automatisiert über standardschnittstellen selbst bereit zu stellen zu verwalten zu verändern wieder runter zu reisen weil dadurch kriegt man den gesamten entwicklungszyklus für software entsprechend automatisiert der nächste schritt sind dann plattformdienste ja also einfachsten schritte sowas wie eine datenbank aber dann natürlich auch fortgeschrittenere dinge wie rahmenwerke für künstliche intelligenz und dergleichen das ist der teil den wir stand heute noch nicht komplett überschauen und durchgeplant haben also wir schauen uns natürlich an was in dem bereich gibt wir werden das auch auf dem kubernetes aufbauend als kubernetes operatoren umsetzen wir haben da auch schon einige projekte im blick aber das ist dann ein zweiter schritt also da sind wir noch nicht an der umsetzung dran während die anderen dinge mittendrin sind beziehungsweise auch schon teilweise weitgehend fertig die beobachtung die wir gemacht haben ich habe ja mit den einen oder anderen cloud anbieter auch gearbeitet habe auch mit vielen anderen gesprochen in den communities in denen ich unterwegs bin der betrieb von solchen plattformen ist anstrengend es schwierig man braucht dafür eine menge wissen man braucht dafür richtig gute mitarbeiterinnen und mitarbeiter die das dann auch in der hohen qualität liefern können und dieses thema ist das was ja eine menge von plattformen die ich gesehen habe am schluss das genieck gebrochen haben weil man es nicht geschafft hat da genügend erfahrung aufzubauen mit genügend hochqualifizierten mitarbeiterinnen und mitarbeiter dieses ding in der entsprechenden qualität liefern zu können so dass es dann auch betriebswirtschaftlich ja für denjenigen der das gemacht hat sinnvoll war das wollen wir deutlich vereinfachen dieses thema indem wir entsprechend in dem bereich die werkzeuge mit bereitstellen und auch mit standardisieren so dass nicht jeder der anbieter sich wieder selbst überlegen muss was ist denn jetzt für mich das beste monitoring tool und wie automatisiere ich denn am besten die update prozess zum beispiel das ist so ein etwas schmerzhaftes thema für den ein oder anderen das thema was wir angehen ist natürlich dass der nutzer die nutzerverwaltung das management wenn man und das ist ja unsere vision in so einem europäischen ökosystem unterwegs ist wird man mit federierten lösungen zu tun man hat nicht den einen großen hyperscaler den man von dem man sich komplett abhängig machen möchte das kennen wir ja schon das hätten wir auch aus amerika geliefert bekommen können sondern die vorstellung ist ja zu sagen ich möchte eigentlich eine plattform haben die von vielen verschiedenen anbietern kompatibel geliefert wird so dass ich auch mehrere gleichzeitig benutzen kann oder auch problem muss dann umziehen wenn ich vielleicht mit einem nicht mehr zufrieden bin das macht nur dann spaß wenn auch dass die nutzerverwaltung federierbar ist also dass man nicht bei jedem wieder selbst die ganzen nutzer und die entsprechenden rollen und rechte einpflegen und separat verwalten möchte das ist etwas was in dem geier projekt auch mit gedacht und mit entwickelt wird das heißt da sind wir so im regen austausch und hoffen dass wir das nicht alles selbst bauen müssen grundsätzlich ist das aber auch keine raketenwissenschaft und haben ja auch firmen wie eine uni menschen dabei die dadurch aus auch ein bisschen mit einbringen können das ganze ist modular wir sind durchaus bewusst dass wir mit vielen partnern arbeiten die schon existierende plattformen haben die teile von dem was wenn scs als kompletten stack liefern auch schon haben und vielleicht auch weiter nutzen möchten das heißt die vorstellung die wir haben ist zu sagen wir haben verschiedene teile module die man auch separat nutzen kann und auf existierende plattformen draufsetzen kann ja da müssen natürlich die plattformen bestimmte anforderungen erfüllen sie sollten offen sein sie müssen die entsprechenden schnittstellen auch bedienen aber wenn sie das tun kann man auch sagen ich nutze nur einen teil von den scs komponenten die es gibt und kann trotzdem am schluss einen vollkompatiblen auch zertifizierbaren scs deck liefern und dann haben wir den anspruch dass das alles offen gemacht wird das ist open source ist sowieso klar aber ich sage mal open source ist nicht genug wir müssen also auch den entwicklungsprozess offen gestalten die community die daran mitarbeitet muss offen sein so dass die leute die sich da einbringen wollen auch eingeladen sind sich einzubringen und es auch tun können das ist nicht bei allen projekten die behaupten offen zu sein tatsächlich der fall eine open source ist ja in der industrie auch so ein bisschen zum modewort geworden und nicht jeder der das sagt macht das wirklich wir haben eine offene community einen offenen entwicklungsprozess und auch die design entscheidungen werden in einer offenen diskussion entsprechend getroffen wo alle eingeladen sind teilzunehmen die auch dann entsprechend diskutiert werden standardisierung ist für uns sehr wichtig wenn man sich anschaut warum die offenen cloud plattformen nicht so erfolgreich waren gegen amazon und microsoft und google dann ist einer der gründe und ich habe in meinem leben sehr viele nah auf open source aufgebaute clouds gesehen dass keine zu einer anderen kompatibel ist wirklich kompatibel und das tut natürlich am schluss wenn man ein ökosystem bauen möchte wo netzwerkeffekte wichtig sind tut das sehr weh wenn eine entwickler der entsprechende anwendung bereitstellen soll für seine plattform sagt naja ich kann jetzt hier eine anwendung programmieren die dann auf der obh cloud funktioniert und muss dann dort testen für eine überschaubare potenzielle kundengruppe und wenn ich dann aber auf eine andere plattform gehen möchte die auch so eine offene cloud darstellt die vielleicht mit der gleichen technologie auch mit open stack gebaut ist muss ich dennoch diese anwendung anpassen und muss sie noch mal komplett durchtesten durchqualifizieren das wird dann irgendwann zu teuer so dass man diese plattform dann gar nicht mehr als plattform wahrnimmt und ignoriert und diese zersplitterung diese fragmentierung hat letztlich den erfolg von offenen clouds extrem eingeschränkt ja und da wollen wir angehen an dieses thema da werden wir uns auch unbeliebt machen weil wir natürlich an der stelle vorschriften machen wir werden die arbeiten gemeinsam natürlich mit den mit den partnern die daran sich beteiligen aber am schluss werden wir eine einigung erzwingen und auch sagen das ist ein standard auf den man sich verlassen kann auch wenn der vielleicht nicht jedem gefällt wir opfern da ein bisschen flexibilität die der einen open source natürlich bietet um ein größeren ein größeres ökosystem bauen zu können und wir setzen auf existierenden standards auf aber wir wissen auch dass die existierenden standards teilweise sehr unzureichend sind ja also in der open stack welt ich habe selbst in der interop working group mitgearbeitet viele jahre gibt es diese defcord zertifizierung die ist in ordnung ja sie macht technische tests auf kompatibilität aber sie deckt einen sehr sehr kleinen bereich nur ab und lässt sehr viele fragen offen das heißt diesen guter erster schritt aber die macht vielleicht zehn prozent des weges den man in den bereich gehen muss und insofern werden wir da sehr viel mehr machen oder wenn man in die container welt schaut was sind denn die schnittstellen um sich so ein kubernetes cluster zu provisionieren ja da gibt es diese kubernetes cluster api die ist aber nicht etabliert ja wenn man sich die verschiedenen lösungen anschaut die es im markt gibt wird die nur von ganz wenigen benutzt da fehlt es also auch an entsprechenden standards die müssen entwickelt werden mit den entsprechenden projekten und partnern diese standards sind auch zertifizierbar und die werden sich auch in den selbstbeschreibungen die es in diesem geier ex universum gibt wiederfinden ökosystem aufbau ich hatte vorher erwähnt dass es schwierig ist eine plattform gut zu betreiben und das liegt so ein bisschen daran dass die software die entwickelt wird in einem schönen offenen open source open design community prozess entwickelt wurde und auch durchaus gut funktioniert die prozesse wie betreibt man das was braucht man für werkzeuge um das zu automatisieren um das zu überwachen sind nicht in einem gleichen offenen prozess entsprechend standardisiert verfügbar das heißt jeder anbieter der so eine plattform betreiben möchte muss das wieder selbst für sich erarbeiten und man findet dann so bruchstückhaft natürlich informationen dazu wie andere es gemacht haben aber eben keine komplette anleitung die es einem erlauben würde das zu tun in dem bereich wollen wir die anbieter vernetzen und wollen auch dafür sorgen dass das wissen standardisiert einfach verfügbar wird und wenn wir dabei sind zu sagen wir bauen so ein ökosystem dann werden natürlich auch darauf hinwirken dass die anbieter sagen diese federierung klappt und funktioniert und die anbieter erlauben eben genau diese vernetzungen im muttermanagement auch im aufbau von netzwerken so dass viele clouds gleichzeitig zu benutzen dann auch eine realität wird wir möchten auch ein bisschen dafür sorgen dass die anbieter sich öffnen und entsprechend den kunden gegenüber auch eine gewisse transparenz haben wenn man sowieso mit anderen anbietern zusammenarbeitet um diese betriebsfragen gemeinschaftlich besser zu lösen dann kann man eigentlich auch den nächsten schritt gehen und sagen wir möchten das vertrauen unsere anbieter auch unser nutzer auch verdienen und bieten auch unsere nutzer eine gewisse transparenz darüber wie wir das wie wir diese plattform betreiben ja und wenn es mal ein problem gibt und das ist natürlich etwas was passieren kann und was passieren wird dann bieten wir auch eine transparenz wie wir denn solche vorfälle entsprechend aufarbeiten und wie wir da ausgelernt haben dass das ist natürlich etwas passieren kann und was passieren wird dass die plattform besser wird auch da wollen wir die anbieter unterstützen so das sind noch mal die ziele ich springe direkt weiter das ist so ein etwas überladen das bild was ich aber trotzdem eigentlich ganz ganz schön finde was unser zielbild darstellt wie so ein ökosystem aussehen könnte und ich habe hier sieben verschiedene anbieter von scs diensten mal skizziert und die sind alle so ein bisschen unterschiedlich und doch zueinander kompatibel einfach um auch sichtbar zu machen was sind so die die optionen und wie ist stämme sicher dass dann anwendungen und nutzer die dann mehrere dieser plattform nutzen oder die vielleicht wechseln möchten dennoch die kompatibilität haben die sie brauchen in dem beispiel mal unten schauen ich habe den den ersten anbieter links provider 1 der bietet also öffentlich public cloud dienste an der hat aber und da fängt schon an sein eigenes ias bereits da was gar nicht von scs kommt ja das heißt der wird keine standardisierten ihr als schnittstellen die nutzer anbieten sondern nur das standard scs kubernetes es ist service modul nutzen dass auch seine ihr setzen wenn das entsprechend kompatibel ist geht das und bietet dann die schnittstellen an die in der scs welt vorgeschrieben sind das sind einmal diese container schnittstellen an der oberschicht der der cars dann haben wir den s3 objekt objektspeicher standardisiert und natürlich das nutzer management was ja auch aus der gaia welt kommt ist entsprechend standardisiert da von denen hier in diesem beispiel zwei optionalen plattform komponenten mit standardisierten schnittstellen hatte auch eine implementiert das heißt für eine gewisse gruppe von von anwendungen wird diese plattform funktionieren für alle die nur die standard ss dachen brauchen ist diese plattform also voll kompatibel und so sind in diesem bild andere beispiele drin unter anderem zum beispiel der anbieter 3 der gar keine public cloud wirklich anbietet der ist der hängt zwar mit seiner cloud im internet aber letztlich hat er als ziel nur eine beschränkte nutzergruppe und er lässt auch nur bestimmte zugriffe zu wir haben den provider 6 der eigentlich gar kein cloud angebot für externe macht und das ist eine interne cloud ja das ist eine it abteilung von irgendeinem großen firma die nur internen dienste anbietet aber vielleicht dadurch dass er die gleiche plattform nutzt das den nutzern ermöglichen möchte dass man sowas wie ein cloud bursting macht wenn man irgendwie dann anwendungen nach draußen schieben möchte damit man mehr kapazität hat das auch tun kann auf jeden fall hat man die gleichen schnittstellen kann mit den gleichen standards entwickeln wir haben als beispiel sieben den extrem vereiner komplett abgeschirrten clouds die vielleicht im militärischen bereich dann unterwegs ist und keine verbindung mehr in das öffentliche netzwerk hat aber auch da wird man die cloud natürlich nicht mit anderen clouds federieren aber man hat die gleichen standards das heißt auch davon profitiert man aber man immer noch leichter software findet die dafür gebaut ist weil man immer noch leichte personal findet die weiß wie man damit umgehen kann so der projekt status hatte eigentlich peter schon so relativ gut erklärt wie wir entstanden sind wir sind mittlerweile also jetzt ein knappes jahr existierend wir haben auch das ist auf der nächsten seite glaube ich zu sehen eine projektseite wo man auch sehen kann wer da alles offiziell uns unterstützt und mitmacht und ein paar informationen findet auch informationen zu presseartikeln und entsprechenden berichten über uns die es gibt die haben wir da mal gesammelt auch kontakt wie wenn man uns kontaktieren kann wenn man mitarbeiten möchte und wir haben einiges auf github auch schon an quellcode veröffentlicht haben zum thema quellcode weil das vor kurz diskutiert wurde unser ziel ist es natürlich nicht möglichst viel kurz zu entwickeln sondern das gegenteil wir möchten möglichst wenig selbst entwickeln müssen wir möchten gute existierende open source projekte auswählen die sinnvoll kombinieren standardisieren standardisiert konfigurieren die automatisierung für die installation hinbekommen aber auch dieser dieser kurz den wir dann schreiben um zum beispiel diese automatisierung zu machen das ist natürlich dann doch arbeit die wir selbst machen wo wir existierende software nutzen nutzen wir natürlich die software unter den offenen lizenzen die es gibt da ist auch für uns sind die definition für von der usi das was markt maßgeblich ist dafür was in frage kommt da wo wir eigene dinge machen wenn es zu einem dieser projekt gehört dann machen wir das auch unter der gleichen lizenz wie das wie das projekt so dass wir das zurückgeben können dass wir das beitragen können wenn wir ganz eigene dinge tun sollten haben leichte referenz für copy left lizenzen wir haben das auch sauber abgesichert also wer wissen wer alles beiträgt es gibt ein digital certificate of origin so dass wir die urheberrechte die es gibt auch nachverfolgen können also der wild das wild west problem haben wir für uns jedenfalls gelöst ja kleines team das angefangen hat wir sind zu dritt losmarschiert mittlerweile eine anzahl von firmen die daran mitarbeiten und auch firmen die das mit einer gewissen mit einem gewissen wohlwollen begleiten und die dann denke ich in der zukunft dann auch zu echten mitarbeitern werden werden wo stehen wir bei der implementierung wir haben den infrastruktur und den ias teil weitgehend fertig das heißt wir können stand heute automatisch installieren auf bare metal das bare metal ist immer mit der automatisierung so mit mit kleinen haken versehen also man muss natürlich direkt von hand ins rechts schrauben und verkabeln und entsprechend hat man dann ein bisschen handarbeit weil es sich hat wenn ich ganz so gut automatisiert lässt sobald man aber da die ersten schritte überbunden hat tatsächlich setzt der automatisierungsprozess an und wir können das ausrollen mit so ein bisschen infrastruktur datenbank messaging hochverfügbarkeit dann das ganze bootstabbing für betriebssysteme und dann nachher die automatisierung die die plattform ausgerollt wird eine schöne sache die wir haben die nutzen wir selbst sehr sehr intensiv ist dass wir auch virtuell das ganze ausrollen können das nennen wir testbed das heißt auf einer existierenden ias plattform können wir dann nochmal oben drauf ein server in cloud stack installieren damit natürlich auch eine virtualisierungsplattform mit liefern open stack haben wir dann doppelte virtualisierung aber wenn man diese nested virtualisation und ist das durchaus nutzbar wir selbst nutzen das sehr sehr intensiv um unsere ganzen tests durchzuführen also wir deployen mehrmals täglich diese virtuelle installation und haben dadurch eine schöne demo und testplattform das haben wir bei derzeit sieben anbietern am laufen virtuell physikalische installation haben wir stand heute zwei das ist die beta cloud und die plus server die wir beide sehr intensiv nutzen was wir hier mit haben ist also letztlich den gesamten unteren teil unserer architektur mit der infrastruktur und dem infrastruktur service dienst und den ganzen management tools für die für den betrieb für die automatisierung und die einbindung in das identitätsmanagement woran wir gerade sehr intensiv arbeiten ist die containerebene da tun wir uns ein bisschen schwer weil es in dem bereich kubernetes cluster management noch arbeit zu tun gibt um das entsprechend zu standardisieren wir haben ja den anspruch dass wir eine standard plattform liefern wollen die wir dann nicht anschließend nochmal irgendwie verändern und kaputt machen wenn sich da was anderes durchsetzt deswegen haben wir da jetzt nicht gesagt wir machen mal irgendwie schnell was was dann und zwar funktioniert aber wir dann vielleicht wenn sich dann irgendwann an der standard durchsetzt dann irgendwie unseren eigenen anspruch nicht erfüllen könnten so das ist nochmal kurz grafisch skizziert wie dieser installations vorgang vor sich geht einmal physikalisch wenn man eben tatsächlich erstmal die servers die server indirekt schrauben muss und verkabeln muss dann mit mit maß und netbox und zappix werden sie dann in ja eine eine kontrolle und eine verwaltung unterworfen alternativ die virtuelle deployment wo wir diesen ersten schritt mit hilfe von terraform durchführen anschließend ist der prozess der gleiche das mit hilfe von von ansible awx die ganze automatische installation durchläuft und mit der gleichen automatisierung natürlich nicht nur die installation geht sondern auch entsprechend die updates möglich sind das ist ganz gut dokumentiert wir haben da auf einem existierenden projekt aufgesetzt was der christian während eingebracht hat auch der source infrastructure service manager was auch bei vielen seiner kunden tatsächlich im produktions einsatz ist also das ist jetzt auch nichts was jetzt noch ganz neu und unerprobt ist und zu experimentell sondern produktionsreif so ich versuche mal so ein bisschen kurz auf die uhr zu schauen damit noch zeit für fragen haben ja wir haben noch knapp fünf minuten damit die fragen nicht ganz untergehen dann würde ich jetzt tatsächlich versuchen den rest relativ fast schon zu überspringen ja also man kann so ein testpads selbst relativ leicht aussetzen das mit einer handvoll parametern zu machen was dann rauskommt ist tatsächlich so eine komplette infrastruktur und ihr hast plattform mit den identity management tools mit den monitoring tools ich habe hier mal links gezeigt wie man wo man eingebaut und man sehen kann wie das geht und hier irgendwie nur ein beispiel für eine der das hier ist net data eine der monitoring tools die wir bereitstellen vielleicht ist das die letzte folie wo ich noch ein bisschen mehr zu sagen würde das ist so ein blick auf die architektur ich hoffe das ist nicht zu klein zum lesen wir haben hier in der mitte auf der unteren ebene die entsprechenden open source komponenten die compute storage und netzwerk virtualisieren die technologien die man an der stelle erwarten würde linux kvm im speicherbereich self storage netzwerk bereich sind wir gerade dabei von open v switch auf obn umzustellen dann haben wir auf der schicht darüber immer noch hier unten die entsprechenden standard infrastructure service schnittstellen das sind in aller regel openstack projekte die da zum einsatz kommen vielleicht wichtig zu verstehen wir haben da dieses gelbe optionale standard kreis dran wir rechnen damit dass es anbieter gibt die sagen wir bauen zwar die plattform so auf aber letztlich geht es unseren kunden nachher nur um diese container schicht die wollen nicht unbedingt diese infrastructure service schicht darunter nutzen und darauf zugreifen können die ist dann zwar da aber nicht für den kunden sichtbar entsprechend haben wir gesagt diese schicht für den kunden verfügbar zu machen ist etwas was optional alles ja also werden wir haben gesprächen mit möglichen anbietern schon auch gelernt dass viele das tun wollen aber nicht alle und das ist okay die container schicht die licht darüber wie gesagt unser ansatz ist dass die nutzer selbst sich container cluster bereitstellen können also wir haben nicht die vorstellung dass dann ein großer cluster irgendwie für mehrere kunden da heißt sondern es sind wirklich mehrere kubernetes cluster für mehrere kunden ja auch also auch kunden können auch mehrere haben sogar wenn sie mehrere brauchen darüber dann als typischerweise kubernetes operatoren implementiert verschiedene plattform dienste ja wie datenbank künstliche intelligenz auch vielleicht kollaborationstools oder vielleicht vielleicht mal eine schöne konferenz und chat und kollaborationslösung links die ganzen tools die man braucht um so eine plattform zu betreiben zu automatisieren zu überwachen auch um die messen vermessen und zu können und rechnung schreiben zu können rechts ist dann die sind die lösungen die man braucht um die nutzerverwaltung hinzubekommen und die federierung mit anderen scs clouds oder auch anderen plattformen aus dem gaia universum so wir haben viel vor das projekt was wir gerade geplant haben ist für die nächsten vier jahre geplant es wäre jetzt vermessen zu sagen dass wir schon genau wissen was wir im zweiten halbjahr 2023 genau tun aber wir haben so einiges uns an zielen aufgeschrieben und das auch in eine logische und priorisierte reinfolge gebracht die uns sicherlich für die nächsten drei bis vier jahre ganz gut beschäftigt hält ich glaube ich würde jetzt dann hier die chance geben dass man fragen stellt ja vielen dank kurz und peter kurz an dich eine kleine bitte dein mikrofon ist sehr sensibel eingestellt das kratzt manchmal vielleicht jetzt für die fragerunde und dann für die breakout session wo auch noch mal eine halbe stunde diskurs stattfinden kann einfach dein mikrofon noch ein kleines bisschen von der sensibilität herunter regeln und wir haben die ersten fragen haben nicht mehr ganz so viel zeit für die fragen um im zeitplan zu bleiben eine frage ist was ist eine eine referenz implementation details frage kommt von elmer gese und zweite frage von robin rosenstock können dass scs auch individuelle person als einzelperson verwenden und was sind da die vorteile ja ich fange mal an kurz das mit dem referenz implementierungs detail zu sagen und ich springe vielleicht auch direkt mal auf die frage auf die folie zurück auf die sich das bezieht das ist diese herner also wir haben hier den anspruch eine komplette kompletten software stack zu liefern und wir haben aber auch gesagt der ist modular wir geben nutzern oder leuten die so ein stack aufbauen wollen die das anbieten möchten die möglichkeit dann an einzelnen stellen auch andere entscheidungen zu treffen als die technologie komponenten die wir jetzt in unserem stack mit automatisiert und mit konfiguriert aus liefern das ist genau der bereich den wir als referenz implementierungs detail bezeichnet haben und da haben wir die aus unserer sicht besten lösungen gewählt die man aufbaut aber wir geben partnern die möglichkeit zu sagen wir treffen die andere entscheidungen und das ändert nichts daran dass am schluss das ergebnis dessen was da rauskommt ein zertifizierbarer standard scs stack sein kann deswegen ist es eine referenz implementierungs detail auch für uns selbst ist das ganz nützlich wenn da entsprechend technologische entwicklungen stattfinden wo wir dann irgendwann sagen wir haben jetzt auf der unteren ebene haben arbeiten wir mit containern die mit locker beziehungsweise portman recht einfach orchestriert werden wenn wir irgendwann die entscheidung treffen wir wollen jetzt auch auf dieser unteren schicht wo wir die open stack dienste deployen ein kubernetes haben weil es vielleicht dann irgendwann sagt die abwägung komplexität versus flexibilität ist dann irgendwann anders also dass wir sagen es lohnt sich jetzt auf der ebene auch schon kubernetes zu nutzen dann können wir das ändern ohne dass das ein nutzer tatsächlich bemerkt da haben wir also eine gewisse flexibilität dann auch um technologische entwicklung mitmachen zu können ich würde die zweite frage kurz beantworten also als einzelperson würde ich vermuten dass in aller regel dass man aller regel dann ein nutzer einer solchen einer solchen plattform ist und nicht unbedingt ein betreiber also man muss dann schon sehr sehr viel zeit investieren wenn man das auch als einzelperson betreiben möchte sonst das kann man tun ja ich tue das hier zum testen manchmal aber das ist sicherlich jetzt eher eine ausnahme insofern ich würde vermuten dass man das als nutzer benutzt von dass ein betreiber dann für einen bereitstellt den vorteil den man hat es eben zu sagen ich weiß dass es entsprechend open source ich kann da rein gucken ich weiß was da drin steckt ich kann überprüfen ob das meinen anforderungen auch genügt und insofern ist das schon vorteilhaft die minimale hardware anforderung wenn man es doch selber so wie du unter dem schreibtisch betreiben möchte der arbeitsspeicher dürfte für dich das begrenzende sein da solltest du 128 gigabyte in deine maschine reinbauen dann geht das gut du kriegst es auch 64 ans laufen aber es macht nicht so viel spaß aber eine büchse reicht du kannst das installieren ja gut sind ja nur minimale anforderungen ich glaube da gibt es einige gaming pcs die das auch schon erfüllen wir haben noch eine frage da gewisse module und komponenten alternativ zur auswahl stehen sollen gibt es ja ein update zu den open source sts alternativen zu zb sollte linbit sts in klammern lindstor auch bei den ersten erwägungen bezogen werden ich will jetzt gar nicht inhaltlich bewerten ob das irgendwie an der stelle eine gute alternative ist oder für welche speziellen szenarien das ist also meine erwartung wäre dass sich in dem ökosystem von anbietern was entsteht ja die scs benutzen dass anbieter gibt die vielleicht genau zu so einem ergebnis kommen in ihrer bewertung wie sagen ich habe hier vielleicht eine datenbank was eine anforderung für besonders niedrige schreibplatenzen hat das war zumindest klassisch mal einer der bereiche wo linbit eine bessere performance liefern konnte als sefters kann und ja wir würden das erwägen und wenn wir irgendwann sehen würden das ist etwas was viele brauchen dann würden wir sagen vielleicht können wir das auch in scs integrieren und mit liefern als option also stand heute würden wir jetzt erstmal gucken dass wir uns kompletten stack mit einer technologie aufbauen können die an der stelle aus unserer sicht sehr sehr gut und ist und auch der mainstream ist und ich glaube da kommen dann später optionen dazu so wenn das ökosystem wächst und auch die leute die dann beitragen ja okay dann vielen dank an euch beide liegen wieder perfekt in der zeit es sind keine weiteren fragen hier in dem panel jetzt in den shared notes reingekommen zu einem thema deswegen danke an euch beide für die teilweise doch der technischen informationen und ausführungen wir sind gespannt wie das ganze mit stf weitergeht und wie das projekt dann auch wächst und gedeiht also danke an euch noch mal für die vorstellung des projektes ja gerne hat spaß gemacht vielen dank wir legen jetzt